Hallo und herzlich willkommen zu Disneyland Adventures. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Es ist gerade mein sechster Anlauf und ich habe versucht, den perfekten Zeitpunkt zu erwischen. Denn jedes Mal, wenn Buzz Lightyear... Der veräppelt mich wieder! Jedes Mal, wenn der das runterklappt, hält er eigentlich den Mund und wenn das hochklappt, redet der. So, wie jetzt. Und jetzt redet der wieder mit Visier zu. Also ich verstehe nicht ganz. Und das Geile war, dann habe ich einen ruhigen Zeitpunkt erwischt und dann redet der Pfeil. War sensationell. Komm, wir gehen jetzt einfach nach Buzz Lightyear. Nee, wir machen erstmal ein Foto von ihm, denn wir wollen natürlich alles hier fotografieren. Welche Charaktere fehlen uns eigentlich noch? Ich glaube aus dem Tomorrowland alle. Jetzt schön stolz wie ein richtiger Ranger. Und ich wollte gerade schon wieder Twitch sagen, aber ich meinte natürlich Stitch. So, sehr geil, oder? Woody und sein bester Kumpel Buzz Lightyear. Und von dem bekommen wir jetzt neues Item, neuen Gegenstand. Ich habe aus Versehen wieder ein Foto gemacht. Ich wollte einfach noch ein Foto mit ihm haben. Gebe ich ehrlich zu. Oh Mann. Huch. So, jetzt aber. Jetzt, jetzt guck mal aus. Nein. Ich wurde von Star Command ermächtigt, Schutzbewaffnung an die fähigsten Kadetten dieses Systems auszuteilen. Gratulation. Du gehörst dazu. Behandle deinen Blaster mit Respekt. Ist eine mächtige Waffe, aber für Kadetten wie dich mit Sicherheitssensoren ausgestattet. Dein Blaster wird nur in genehmigten Bereichen und auf genehmigte Ziele feuern. Selbstverständlich. Sicherung wird entsperrt, wenn du deinen Blaster ziehst. Dann musst du nur noch zielen und feuern. Denk dran. Space Ranger setzen solche Waffen nur in extreme Notfällen ein. Ei, ei. Captain Buzz Lightyear. Können wir... Denk dran, Kadett. Benutze deinen kosmischen Blaster weise und respektiere die Bürger, die du zu schützen geschworen hast. Exzellente Arbeit. Du bist bereit für die nächste Trainingsstufe. Jetzt testen wir deine Reflexe und verbessern deine Ausdauer. Mal sehen, wie weit du schon bist. Folge mir, Kadett. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Okay. Ich mache nichts. Hier. Pass auf. Hand-free-Gameplay. Gut gemacht. Vielleicht erkennt die Kamera meine Position. Warte. Genau. Vergiss nur nicht zu atmen. Okay. Sehr gut, Kadett. Sehr viel Verschreckung. Die Kamera erfasst mich natürlich. Der Space Ranger Corps wird stolz an dich, als Mitglied zu haben. Da du jetzt den harten körperlichen Trainingstest bestanden hast, musst du eine Space Ranger Uniform bekommen. Dies ist sicher ein emotionaler Moment für dich. Aber versuche bitte ruhig zu bleiben. Okay. Okay. Jetzt. Bleib dir treu, Ranger. Brofest. Öffentliche Zeichen der Zuneigung sind regelwidrig, aber verständlich. So. Warte. Okay. Das war sehr unerwartet. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit so einem Tanz. So, Autogramm. Natürlich. Und du hast schon wieder das Buch falschrum. Wollte ich nochmal kurz anmerken. Sehr nett von dir, mich zu fragen. Danke. Gerne. Und vergiss nicht, dir deine Space Ranger Uniform zu besorgen, Kadett. Bis dann. Mach ich. Die Welt zu retten. Space Ranger. Weltraumschutzelite. So. Weißt du, wie nimmst? Halte er B. W-w-w-w-w-w-wollt der jetzt von mir? So. Wir nehmen den Blaster und dann... Was kann ich damit machen? Was... Was kann ich damit machen? Wen kann ich... Wen kann ich damit einfrieren? Master Blaster. Was kann ich da jetzt mit machen? Ich habe super zugehört. Vielleicht hätte ich nicht so rumalbern sollen. Vielleicht brauche ich auch eher... Die Uniform. Das kann natürlich sein. Obwohl, ich habe gerade so viel Kohle ausgegeben für dieses Kostüm. Wie Sternschnuppen. Okay, warte mal. Warte, warte. Das müssen wir jetzt mal kurz gucken. Oh, die Musik. Okay. Ich kann damit winken. Ich kann damit... Okay. Wie kann ich jetzt damit... Ich kann gar nichts machen. Du bekommst einen Stock von Erwähn. Cool. Okay, ich brauche auf jeden Fall die Uniform. Sonst geht das hier Ganze nicht. Ist so. Ich kann sonst nicht so blastern. Es ist sicher eins dabei, das dir gefällt. Ja. Bin ich jetzt bei Hüte reingegangen. Es gibt einen Donald-Hut. Oh. Okay, 3000. Ja gut, die haben wir ja locker. Oh, eine gute Entscheidung. Sieht irgendwie aus, wie Captain Buzz Lightyear aufwischbestellt, oder? Oh, Mann. Ja. Ich hätte ein bisschen mehr essen sollen, glaube ich. Oh, Mann. Na gut. Aber mir fehlt auch der Helm, ne? Aufgabe erfüllt. Was muss ich jetzt machen? So. Ich muss meine Uniform zeigen. Und dann kann ich endlich hier rumblastern, ja? Damit kann ich auch nichts machen. Mist. So. Entschuldigung. Vorsicht. Achtung. Captain in den Anflug. Achtung, bitte. Vorsicht. Dankeschön. Hallo. Hallo. Willkommen, Rekrut. Ich weiß, du wirst den Beitritt zu Star Command nicht bereuen. Zu unserem ersten Auftrag. Wir haben Aufklärungsmissionen mit unseren außerirdischen Verbündeten durchgeführt. Leider ging etwas bei der Übermittlung ihrer Fotos schief. Du musst die unscharfen Bilder neu aufnehmen. Das verlangt große Beobachtungsgabe. Also halt die Augen offen. Okay, streng geheim. Alles Gute, Kadett. Und vergiss nicht, die wertvolle Aufklärungsarbeit fortzuführen. Das wäre dann alles. Pass auf, wir haben ja jetzt erst zwei Fotos mit ihnen, ne? Ich würde gerne ein drittes machen. Und zwar mit diesem Kostüm. Was hältst du davon? Warte. Wir wechseln einmal hier in die Kamera. So. Der große Buzz Lightyear und der kleine. Auschwisch. Das sieht schon. Ja, ist eine Ähnlichkeit da. Ich könnte als Double arbeiten. Sagen wir mal so. Buzz Ranger müssen körperlich in Bestform sein. Achso, ich wollte auch gar nicht fotografieren. Was mache ich denn da jetzt? So. Die, 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 die. Sagen die mir noch nicht. Dein Zauberstab, erweckt Dinge zum Leben. Ja, dankeschön. Näh, deine Kamera, mach ein Foto. Zack, für ein Souvenir. Okay, wo soll ich jetzt hier ein Souvenir machen? Ich weiß es nicht. Wieso kann ich hier nicht drauf... Warte mal, wieso geht mein... Hä, wo geht der jetzt wieder hin? Hier. Mach Fotos. Achso, ich muss hier Fotos machen. Ich dachte, das wird mir wenigstens noch angezeigt. Ah, hier. Ah. Guck mal. Dann wird mir auch... Da bestimmt von, ne? Ja. Dann wird mir da auch auf dem Boden angezeigt, was ich machen muss. Oder beziehungsweise, wo ich hingucken muss. Jo. Also muss ich die Kamera dafür ausgerüstet haben, sonst geht das Ganze gar nicht. Aha. Ich verstehe. So, eins von drei. Nächste. Ja. Machen wir ein Foto mit Stitch. Mit Twitch machen wir jetzt ein Foto. Mit Twitch machen wir jetzt ein Foto. Ich finde den Charakter cool, muss ich ehrlich sagen. Ich finde den sehr genial. mit seinem... Okay. Wir sprechen mal ganz kurz mit Twitch. Oh. Wenn man Stitch Bauch leer, kannst du Essen für Stitch finden. Bla, bla. Ja, kann ich. So. Einmal hier High Five. Double High Five. Dann natürlich noch eine Umarmung. Oh. Dann... Ein Tanz. Oh wei. Wenn ich jetzt ein Autogramm haben möchte, frisst der bestimmt mal ein Buch auf, oder? Oh oh. Hula, hula. Und... Ohana heißt das, ne? Familie. Sag da mal. Ohana. Dankeschön. Autogramm gesammelt Schwindler? Was? Aber Stitch ist doch kein Schwindler. Ey, das ist ein Burger. Ich geh mir jetzt erstmal ein Burger essen. Wofür ist der Burger? Ach, für Stitch. Ja, okay. So, Foto. Wir möchten noch Fotos machen. Achso, da muss ich hier hingucken. Okay. So. Und wir fotografieren jetzt... Was? Achso, die Rakete. Aber die Rakete hatten wir doch schon. Ja, in der letzten Folge hatten wir eine Rakete schon fotografiert. Waren wir etwa der Aufgabe schon voraus? So, wo muss ich jetzt entlang? Goldener Schweif. Zeig mir, wo ich lang muss. Goldener Schweif. Zeig mir, wo ich da rum. Hätte man ja auch außen rum. Aber nö, mitten durch die Menschenmenge. Ist egal. Ist... Ich würde auch gern zu dem Matterhorn... Waren wir schon beim Matterhorn? Nee, ne? Ich hab einen Schatten gefunden. Hallo. Hallo, Schatten. Wir sind schon fast wieder auf 300.000. Krass, ne? Und das nächste Foto ist dann... Hallo! Nächste Foto ist dann von... Ach, von der Rakete hier, ne? Stimmt, da hatten wir auch schon ein Foto von. Ja. So. Ah, die Musik ist so gut. Oh, die Musik ist wirklich so gut. So, schön ein Foto machen. Wahrzeichen von Tomorrowland. Meiner Meinung nach. Okay, Space Mountain natürlich auch. Ah, fast 300.000, bitte. So, jetzt müssen wir Buzz Lightyear diese Aufnahmen bringen. Er steht da... Das Problem ist, hier sind sehr viele Zeugen. Wenn wir dem jetzt streng geheime Aufgaben... Wir haben was zu tun. Wenn wir dem jetzt streng geheime Dokumente überreichen, das sehen doch alle, oder? Space Ranger kennen keine Angst. Tolle Arbeit. Dafür winkt eine Empfehlung. Die Galaktische Allianz steht in deiner Schuld. Keine Zeit, sich auf den Norbeeren auszuruhen. Der Feind ist unter uns. Wir haben Übertragungen von Imperator Zolt abgefangen, die darauf hinweisen, dass überall in diesem Sektor Spionagekameras sind. Du musst sie sofort zerstören. Lade den kosmischen Blaster und setze ihn klug ein. Mach ich. Danke. Aber vergiss nicht die Spionagekameras. Viel Glück. Eine Frage. Die Leute in diesem System scheinen ins Weltall reisen zu können. Eine Frage. Wenn es eine kosmische Allianz gibt, gibt es dann auch eine kosmische Provinzial oder eine kosmische Hokobu? Du bekommst einen Stock von Aween. Cool. Ist nur mal so eine Frage. So, jetzt bin ich gespannt, was ich damit machen kann. Vor allem, was passiert. Ey, Fotopoint. Warte, warte. Fotopoint machen wir. Ja. Oh. Ja, ja, ja. Okay. Ist ja wahrscheinlich auch wieder von dieser Attraktion, oder? Ja. Cool wäre auch gewesen, wenn man so verschiedene Posen machen könnte. Oder die Objektive unterschiedlich ausrichten. Nicht so starr. Also, jetzt gucken wir mal. Der Blaster. Was kann der? Ich kann gar nicht so bezielen. Okay. Ich habe eine Batterie gefunden. Ich habe irgendwie gehofft, ehrlicherweise, dass ich die Pakete und Tresore und Truhen hier alle öffnen kann. Aber anscheinend, aber anscheinend brauche ich irgendetwas anderes dafür. Aber der hat doch gesagt, der hat auf Sternschnuppen gesagt. So, und da sind doch Sternschnuppen, oder nicht? Da ist ein Burger. Da ist ein Burger. Da ist ein Burger. Zwei von fünf. Achso. Wir müssen weiter. Weiter, 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 weiter. Da ist ein Burger. Komm mal rein. Nee. Ja, da ist es doch. Ah. Boah, der muss aber lange zielen. Entschuldigung, Vorsicht. Hier wird scharf geschossen. So, jetzt brauchen wir noch einen, ne? Und den einen finden wir... Ich gucke mal schon die ganze Zeit nach oben. Oh, hallo. Moment. Ich muss ganz kurz. Die finde ich auch sehr cool. Die aus dem Greifer. Einer von uns. 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 Einer, 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 einer von uns. Hilfe. Du bist wieder da. Ich war nie weg. So, jetzt bin ich gespannt. Das ist ein Trinkspruch. Ich werde den jetzt nicht sagen. Umarmen. Oh, die sind cool. Die, 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 die. Wir tanzen und tanzen. Im Kreis herum. Wie hieß der nochmal? Plumpsack, ne? Okay, und jetzt Autogramm. Bin ich gespannt. Kriege ich von einem oder allen drei? Allen drei, denke ich. Ein Autogrammbuch. Nur von einem. Hier hast du dein Buch zurück. Danke. Aber. Denk an unsere Freunde. Die Zeit vergeht so langsam. Dankeschön. So. Wir sind schon wieder. Wir haben wieder die 300.000. Juhu. Äh. Gold. Goldener Schweif. Hä? Achso. Da geht der. Hä? Wo geht der denn jetzt hin? Was hat uns um Hilfe gebeten? Das ist deine Mission, Ranger. Ma, ich war doch mal kurz was am Gucken. Da oben. Benutze deinen Zauberstab, um das zu sammeln. Wo? Da oben. Der sagt jedes Mal da oben. Hä? Okay. Ah, da. Da, 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 da. Jetzt habe ich den Fotoapparat ausgerüstet. Und ich wundere mich, warum ich die nicht wegwasern kann. Okay. Äh, da. Ist auch nicht creepy, wenn hier so ein Junge steht mit so einem Blaster, ne? Uhu. Boom, Style. Okay, wir müssen nach Buzz Light hier. Äh, gehen wir hier ein bisschen rum. Da ist wieder ein Burger. Ich bin mal gespannt, wann wir die Truhen öffnen können. Und das Lustige ist ja, wir haben jetzt jede Menge Truhen schon immer wieder gefunden. So per Zufall. Äh, per Können. Und sobald das eine Aufgabe ist, werden wir die nicht mehr finden. Äh, doch. Oder, doch, während der Aufgabe werden wir das noch finden. Aber danach irgendwie, wenn du einen Bonus rauskriegen kannst, finden wir das noch nicht mehr. Zug wird bald merken, dass er die galaktische Allianz nie überlisten wird. Aufgabe erfüllt. Leb wohl. Tschüss. Over here. 316.000 haben wir wieder. Burger unbeeindruckt von meiner Ankunft. Findestitch Burger. Guck mal, wir haben die Burger ja schon fast alle gefunden, ne? Ich find den Blaster jetzt nicht so pralle. Also, der ist okay. Aber, pff. Ich, äh, ja. Ich find den Zauberstab und die Kamera ein bisschen besser. Aber wo rennt der denn jetzt hin mit mir? Ne, man hätte da... Achso, da konnte man echt nicht rum. Sind wir da alles zurück? Ah, da. Da ist der nächste Burger. So, was kann ich mit diesen... Blaster denn hier noch alles machen? Nichts. Guck. Da eigentlich, oder? Ne. Wo muss ich denn jetzt rum? Ah, da. Ne, hier war interagieren. Ah, da. Ein Schatten. Hallo. Ich hab den nächsten Schatten gefunden. Es gibt... Ich war grad am überlegen, ob an dem Schatten Luftballons befestigt sind. Aber dann hab ich gerade gesehen, dass das an der Brustung da ist. Puh. Das wär... Das wär skurril gewesen. Achtung, bitte. Dankeschön. Ich glaub, man muss hier nicht immer alle... Das ist ein Fotopunkt. Ich komm sofort. Ich komm sofort, goldener Schweif. Äh... Kamera? Vom Matterhorn. Hey, Kumpel. Hey, Kumpel. Hey, Kumpel. Wer hat da grad, Hey, Kumpel, gesagt? Der hat da jetzt gerade, Hey, Kumpel, gesagt? Aber nicht von den Gästen. Hey, Kumpel. Du bekommst einen Stock von Nauwein. Ja, hab ich mir auch verdient. Da ist der nächste Burger. Wir haben den nächsten Burger. So. Dann gehen wir den mal ab bei Stitch. Boah, man muss sich echt konzentrieren, nichts Twitch zu sagen. Das ist krass. Kann ich nicht. Kann ich denn darauf... Warte mal, kann ich darauf zielen? Weil das ist ja so eine Zielscheibe. Jo. Macht dich bereit? Für was? Alter, mit Controller bin ich ja echt schlecht. Oh. Okay. Boah. Also Controller ist... Aim bei mir kannst du mit Controller vergessen. Obwohl bis jetzt... Puh. Fünf Sekunden noch. Bam. Bam. Und... Ende. Fünf Sterne. Wir haben fünf Sterne. Guckt ihr das mal an? Und wir haben sehr viel Geld dafür gekriegt. Geilo. Krass. So. Also hatte ich doch richtig gedacht. Ich hab halt nur immer falsch gestanden dann wahrscheinlich. Entschuldigung. Achtung. Da sind noch Münzen. Weil ich hab so wenige. Wow. Hier ist auch Balloon Game, ne? Ja, ist dasselbe. Okay. Hä? Ah, da. Ich war grad mal überlegen, wo Buzz ist. Hallo, du. Ne, ich lauf wieder falsch. Das Balloon Game hat mich gerade rausgebracht. Da ist Twitch. Da. Ich will ja gar nicht nach Buzz. Ich will nach Twitch. Stimmt. Hey. Ich hab was für dich. Burger. Cheeseburger auch noch. Junge, gib mir einen ab. 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 Ja, ich geb dir sehr gerne alle vier Stück ab. Ich wollte nur einen haben. Hat Foto von Lilo und Nani verloren. Findest du einen... Ah, okay. Ja, werden wir natürlich suchen. Selbstverständlich. So, tschüss. Guck mal, neuer Anstecker. Find das verlorene Foto. Das machen wir heute in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.